Servus Leute, ich habe jetzt eine Smartwatch von der Firma Fitpolo, bzw. Hank steht drauf auf der Uhr, eine Woche getestet und wollte mit euch kurz drüber sprechen, wie die Uhr so ist. Bleibt dran! So, erstmal grundlegend, es wird als mehr oder weniger Militär-Smartwatch beworben, was ich natürlich nicht nachempfinden kann. Die ist wahrscheinlich sehr stabil, wasserfest, IP86 steht drauf und ist auch wasserabweisend oder fest. Ich war mit der baden und hat funktioniert, bei warmen Wasser. Genau, das ist glaube ich sehr wichtig, das Armband ist so gummiert, fühlt sich manchmal ein bisschen unangenehm an, aber macht trotzdem seinen Dienst ganz gut so. 300 mA hat der Akku, die Laufzeit beträgt jetzt eine Woche. Ja, also das ist schon mal nicht schlecht. Kann eigentlich so, was jede andere Smartwatch kann, wie zum Beispiel eine andere kleine. Das ist immer so, also für mich sind das alles einfach nur Sportuhren, mehr ist es nicht. Genau, abgetastet wird das hier auf der Rückseite dann, wenn du die umlegst, kommen die ganzen Daten zum Vorschein. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, nur mit der anderen, die ich noch habe und die Werte liegen in etwa gleich. Ob das dann hundertprozentig stimmt, das kann ich nicht sagen. So, schauen wir uns doch mal an, was die Uhr eigentlich alles kann. Wenn man hier drauf drückt, dann wird die Uhrzeit angezeigt. Wenn man da drauf drückt, die Reaktionszeit ist ungefähr eine Sekunde, bis das Display dann angeht. Ich habe das Display auf 10 Sekunden eingestellt, also es ist dann 10 Sekunden beleuchtet. Ja, man kann verschiedene Optiken wählen. Ich habe jetzt diese genommen, weil man die Akkulaufzeit, Datum, Uhrzeit, Wochentag drauf sieht, Kalorienverbrauch, Wetter. Dann die Herzfrequenz, wie schnell man geht und die Schritte am Tag. Nach links rüberwischt, hat man täglichen Übungsüberblick, also Kalorien, wie viele Kalorien man verbrannt hat. Die Entfernung, Schritte. Dann haben wir hier die Schlafzeit, das wird angezeigt. Also das kennt man ja eben. Also hier sieht man das nochmal, Distanz, genau. Da kann man es nochmal ganz deutlich sehen. Dann haben wir hier die Schlafzeit, wird ja auch bei vielen Uhren aufgezeichnet, kann man da sehen. Die REM-Phase etc. Und so weiter. Hier haben wir den Herzschlag, die Frequenz, kann man da sehen. Niedrigste und so weiter. Wird alles angezeigt und auch auf der App aufgezeichnet. Sauerstoff, Blutsauerstoff, es dauert immer eine Weile, bis es dann angezeigt wird. Da ist ganz nett, haben wir die Wetter-App, wird da übertragen. Und drei Tage trennt, wird auch angezeigt. Dann kann man hier, ja, Mediasteuern, also das heißt jetzt zum Beispiel Musik hören und so weiter, Adressbuch, Anruflisten, Wahltastatur. Ich habe mit der Uhr schon telefoniert und das funktioniert sehr gut. Also ich habe jetzt vorerst mit einem Kumpel telefoniert, der hat gemeint, man hat da wirklich alles wunderbar verstanden. So soll das auch sein. Finde ich ganz toll. Also hier sieht man dann, die Nachrichten werden angezeigt. Und ja, genau, auf der Seite, wenn man rüberwischt, dann eben Telefon. Oben sind dann ein paar Einstellungen, ob man das Telefon nutzen möchte. Da, das ist der Knopf zum Finden des Handys, es klingelt dann. Da haben wir so eine Art Taschenlampe, ist halt ein weißes Display einfach. Ja, hier kann man anzeigen lassen, ob man bei Bewegen der Uhr das Display zeigen möchte, also die Uhrzeit sehen will. Das werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. So, wenn man jetzt so nach oben geht, müsste es angehen. Genau, das habe ich aber ausgeschaltet, weil mich das nachts persönlich immer etwas nervt. Hier ist die Helligkeit zum Einstellen von der Uhr. Also draußen ist dann immer so ganz gut, aber natürlich heller ist besser. Ja, das ist dann der Nicht-Stören-Modus. Also kannst du einstellen den ganzen Tag oder eben geplant, dass er ist. Das funktioniert so auch ganz gut. Geplant, Anfangszeit, Endzeit, das mache ich immer, damit ich meine Ruhe habe, wenn ich die ganze Zeit am Telefon hänge. Und hier sind so, ja, die Einstellmöglichkeiten. Das ist ganz nett. Hier gibt es Themen, da kann man verschiedene Displays wählen. Ich habe halt, also sehr schick, gefällt mir ganz gut, aber ich habe dieses eben genommen, weil da die Übersicht halt sehr schön ist von dem Display. Gehen wir nochmal zurück auf die Einstellungen. Datum, Uhrzeit haben wir da, Sprache, ja klar. Sport kann er erkennen, die Helligkeit kann man hier einstellen, Vibration, das, was wir eben gerade oben auch noch gesehen haben. Ja, ein bisschen System-Sachen. Wenn man Sport machen möchte, dafür gibt es einen zweiten Knopf. Und da habe ich jetzt genau drei Sportarten drin, weil ich nichts sonst mache. Ja, nehmen wir mal die Rudermaschine, dann startet es mit dem Counter automatisch. Und dann sieht man eben alles auf einen Blick. Hier kann man dann währenddessen noch die Musiksteuerung dann einstellen. Und ja, jetzt, wenn man rüberwischt, ist angehalten. Und dann geht man da wieder aktiv weiter. Und so wird der Counter gezählt, beziehungsweise einen Counter gibt es bei der Uhr nicht. Ich habe nichts gefunden. Schade eigentlich. Eine Stoppuhr ist gut, aber ein Counter fehlt mir absolut. Ja, die App selber, die startet relativ fix. Da hat man hier schon mal eine Übersicht. Und dann, wenn man auf Gerät geht, da kann man das, also es wird eben, am Anfang muss man einige Sachen bestätigen, wenn man das verbinden will, funktioniert aber nach der Anleitung hier sehr einfach. Zifferblatteinstellungen, da kann man nochmal sehen. Das ist das, was ich drauf habe. Jetzt muss ich gerade mal schauen, da war irgendwo... Ah, hier. Genau, da gibt es also etliche weitere Ziffernblätter, die man herunterladen kann. Und ja, also wie ihr seht, ein Haufen Zeug. Ich habe mich da noch nicht so durchgewühlt, weil ich mit dem, wo ich drauf habe, eben ganz zufrieden bin. Aber es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Von dem her finde ich es gar nicht schlecht. Da hat man schon eine Menge Auswahl. Klasse Geschichte. Ja, da werden eben die ganzen Einstellungen, kann man da vornehmen, ob man SMS erhalten möchte. Die Apps, die man halt eben auf die Uhr übertragen lassen möchte, die Benachrichtigungen. Ich habe eben nur das Wichtigste, die Basics. WhatsApp und so weiter. Also zwei Sachen. Ja, ob man dann telefonieren möchte. Also über die App, da kann man eben alles einstellen. Beim Sport ist es so, da kannst du hier über Plus, ihr seht, etliche Sportarten hinzufügen. Was die Uhr auch kann, ist den Sport automatisch zu erkennen. Das habe ich jetzt aber nicht ausprobiert. Und ich habe eben dann nur drei Sachen hinzugefügt, weil es für mich totaler Unsinn ist, wenn ich da so viele Sachen drauf habe auf der Uhr an Sportarten. Was auch noch wichtig ist und gut ist, also hier sieht man nochmal die ganzen Sachen im Überblick. Das ist zum Beispiel, dass man halt den Wecker einstellen kann, direkt an der Uhr, weil viele Smartwatch, die günstig sind, die haben das Problem, dass man das über die App machen muss. Finde ich relativ unpraktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier hast du eben die Möglichkeit, den Wecker direkt an der Uhr zu stellen. Ja, genau. Ansonsten, ja, die Uhr, die macht das, was sie soll. Und das macht sie ganz gut für den Preis. Da kann man nichts falsch machen eigentlich. Ich kann noch nicht so viel sagen. Ich habe es jetzt erst eine Woche im Test gehabt, das Ganze. Ansonsten schaut es doch gerne mal in den Link. Den habe ich unten in die Beschreibung mit reingepackt. Da könnt ihr auf die Webseite schauen oder bei Amazon mal reinschauen, was die Uhr so drauf hat, wenn ihr Interesse habt überhaupt an solch einer Uhr. Klar, es gibt viele bessere, aber für den Preis finde ich sie ganz gelungen. Kann man jetzt nicht meckern. Ich habe jetzt keinen Hammer draufgehauen oder irgendwo runtergeworfen, um zu sehen, ob die stabil genug ist. Weil ich werde es jetzt eine Weile behalten, da sie ja doch alles so anzeigt, was ich brauchen kann. Von dem her ganz gut gelungen. Ja, genau. Von meiner Seite aus war es das. Kurz und bündig. Weil was soll man großartig erzählen über die Uhr? Ihr macht genau das, was die anderen auch machen. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Macht es gut. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao.